Ich bin ein Elektronikhersteller? Ja. Komme ich aus Europa? Nein. Bin ich ein Elektronikhersteller? Ja. Schön. Ich baue Verstärker? Auch. Okay. Ganz jung. Ganz jung. Okay. Ist das denn ein grundsätzlich altes Unternehmen? Ja. 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 Gott. Älter als 50 Jahre? Wesentlich. Wesentlich älter. Kommt es aus Europa? Ja. Aus Deutschland? Ja. Älter als 50 Jahre, Bautverstärker kommt aus Deutschland? Hm. Habe ich mal Blattenspieler gebaut? Du baust sogar Blattenspieler? Ich baue sogar, dann ist es E-Lack. Mal eine knappe Kiste. Einfach frei. Der erste Schmitz HiFi-Erlebnistag am 30. November in Koblenz. Es ist ein 5. November in Koblenz. Wie du uns dieses Drum aus in Koblenzs? Du baust sie mir vor. Du baust sie mir». Ich arbeiteesse aber so viel� dice es,